Was soll das denn jetzt? Lässt du mich los? Ich komme hier nicht weiter an diesen Babsäcken Das ist voll schlimm Forget it ey, ich packe dieses Spiel nicht auf dieser Schwierigkeit Vor allen Dingen geben sie einem keine Möglichkeit mal auszuweichen gescheit Ich komme nicht weiter, ich will mal zum nächsten Speicherpunkt kommen Was mir hier gerade wegen euch verwehrt bleibt Boah ey, das ist doch *** Wir müssen hier aber über den Boden so rutschen, dass ich gar nichts machen kann Ein PXer und das war's, Gratoss hört gar nichts aus hier Alter Das kann wahr sein Tötet ihn doch mal, nein Geht doch jetzt weg und *** den nochmal Hey Ich hab so Frust gegen dich Pack den doch mal und töte ihn Nein, du schmeißt den lieber nur Ey Ich hab keinen Bock mehr auf euch Ich bin so ein Idiot, ne Oh, ich bin so ein Idiot, damit wäre es viel einfacher gegangen Oder? Wenigstens können sie das nicht blocken Wenigstens können sie das nicht blocken Wenigstens können sie das nicht blocken Das ist doch ein Scheiß-Move hier Die blocken doch, das gibt's doch nicht Der pisst euch Ich will nicht mit euch kämpfen Muss ich auch gar nicht Toll Ich hab halt keine Energie mehr ey Um gegen die zu kämpfen Warte, wenn's da weiter geht gibt's vielleicht auf der anderen Seite Scheiße hab ich gemacht Ja, nein, kämpfen wir halt doch Auch wenn's assi ist ey Der, der sich das ausgedacht hat, wollte nicht Dass die Spieler mal ein Erfolgserlebnis haben Das Herr Dark Souls ist ja da angenehmer Töte doch mal einen So nicht Oh, ich hab's denn nicht alle besiegt Leck mich am Arsch Das war eine frustrierende Scheiße eben So Ach ne, ich muss glaube ich in diese Richtung weiter Ja Genau, weil in diese Richtung kommt die epische Melodie Deswegen muss ich gucken, in welche Richtung ich gehen muss Für'n Goodie Viel lang für diesen Goodie Ah, das war ein Artefakt nur Was mach ich denn? Geh mal zurück Wenigstens meine Chaos kriegen gleich Stärke Es wäre eigentlich erforderlich wenn sie jetzt schon auf Maximum wären Wegen größeren Schaden austeilen und alles Na egal Das ist schon krass ey Wenn ihr das Spiel mal spielt Müsst ihr nicht so machen wie ich in das Fuchs hier spiele Ey, schaut euch diese Für das war damals auf der PS2 Zeit Ne, jetzt schaut euch da mal diese Animation an Das ist richtig krass Vor allen Dingen jede Bewegung Von Kronos spür ich Äh, via Controller vibrieren Das ist so krass Oh ne Kann ich denn bitte mal zu nem Speicherpunkt oder zu ner grünen Kiste Ich kann die jetzt nicht mehr besiegen Nein, 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 nein Ich hab doch jetzt gar keine Energie um die anzugreifen Okay, wenigstens gibt's hier Energie Dann kümmere ich mich gerne um die Arschwäsche Jetzt ist das kein Problem, jetzt kann ich die auch angreifen Sooo Du sollst der Erste sein, alles klar Mache ich Metzgermalskern mit dir Habe ich kein Problem damit Wo ist sie? Okay, den Ersten haben wir Da waren noch zwei Weg Weg Hallo, ich hänge fest an dem So Jetzt teilen wir mal so aus Dass ich das auch eine Chance hab Was zu machen Weg Okay, mach ihn doch Mach ihn doch Komm Kados, pack ihn Okay, gut, den haben wir Den erwischen wir, den kriegen wir Meine Güte ey Nachdem ich jetzt mal meinen Frust abgelassen hab Geht's wenigstens ein bisschen wieder voran Na komm Wieso? Wieso ging das denn eben nicht? Ich hab hier gehämmert und gehämmert Also irgendwas ist mit meiner Kreistast nicht in Ordnung Dass die die ganze Zeit heute so ausfällt Au Auf der nächste Okay, komm Das krieg ich jetzt Komm, 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 komm Geh down, geh down, geh down, geh down, geh down, geh down Und zack Damit hätten wir ihn Boah Krieg ich sehr, hier Okay Ah, krieg ich echt die Pimpanellen ey Und Frust pur Aber jetzt haben wir's mal Was ist hier? Nur ein Wasserchen Ah, hier sind wir der Stadion kaputt machen Ich bin ja gerade fleißig dabei Orbs zu sammeln Aldi, weil ihr, weil ihr nötig sind Und weil ich sie brauche, um meine Ruffen zu upgrade, ne Normale Stadion mal kaputt Ja, das ist aber ganz toll Ich hol euch da nicht raus Ich hab genug andere Probleme Da brauch ich euch nicht auch noch am Hals Schiss Schiss Nervig weiß ja, dass ich die jetzt gleich für ein Rätsel brauch Vorher Vorher will ich hier ein bisschen noch Collective sammeln Haben wir noch was? Zum kaputt haben? Ne Ah, wir haben's gleich Wir haben's gleich Wir haben's gleich Wir haben's gleich Finde ich sehr öle, Memmes An der Kugel fehlt der Griff Ach, das schon wieder An der Kugel fehlt der Griff Tief Hier war doch irgendwo Achso, ich erinnere mich Dunkel Was wir hier gemacht haben Genau, es geht nämlich, wie ich sagte zur Hadeskammer Weil wir Poseidon jetzt fast abgeschlossen haben War ja auch frustrierend genug Guck Diese alle Babzecke Auf dem Bogen liegt der Hebelsemin auf Alles klar Was die Götter von dir verlangen Äh, von mir verlangen, kann ich nicht ausführen Auch nicht für die Büchse der Pandora Sie sind jetzt Monster, aber sie waren einst Menschen Ich weiß, ich bin schwach, aber ich kann einfach nicht dazugehören Ich habe Athen im Stich gelassen Du bist aber ein Peser, 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 wenn du das machst Ok Hat Athen im Stich gelassen Achso, ich muss hier ein Menschenopfer bringen, genau Sowas in der Richtung war das doch Ich erinnere mich Jetzt muss ich allerdings erst einmal irgendeinen Hansel dahinten Zu mir holen Mit dem Hebel Mal grad mal gucken Hier, ist mein Mecker nicht Haha, Grathos Geht schon so fies He Der Typ ahnt, was auf ihr zukommt, wa? Tja, scheiße gelaufen würde ich mal sagen, Freundchen Nein, 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 nein Nein, nein, nein Au Au Okay Ich weiß, dass da jetzt noch welche kommen werden, aber ich muss jetzt versuchen, den erstmal ein bisschen hier hochzukriegen Ich weiß, dass da jetzt noch welche kommen werden, aber ich muss jetzt versuchen, den erstmal ein bisschen hier hochzukriegen Vielleicht schaffen wir es ja sogar bis hier rauf Zu dieser Stelle Scheiße, zwei Nein, du lässt mich in Ruhe Lass mich doch los So, gefällt euch das? Hier Ach, wieso sind denn das jetzt auf einmal 3 schon wieder? Was ist denn das für eine Scheiße? Weg mit dir Ha, damit hast du nicht gerechnet, wa? Hund Stirb Kartoffel Auf Ey, jetzt reicht aber Die Energie ist ja schon wieder so low Gibt's denn nicht So, schnell die nächste Etappe erklimmen Bevor da noch mehr kommt Ja, cool, ziehen ist grad noch schneller Ja, cool, ziehen ist grad noch schneller Komm, ich darf die nur nicht dazu kommen lassen, großartig anzugreifen Sonst bin ich am Arsch Au Ist doch wieder nett Oh, jetzt sind's vier Scheiße, ich muss da hoch Zu dieser Kiste Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe, ihr Freaks Voll, es ist wieder wie mit den Hunden vorhin Ich hätte auch gerne mal einen Speicherpunkt gehabt, dass ich auch mal kurz das Spiel mal passieren kann, damit ich meinen Fluss mal woanders ablassen kann Aber nein Oh, scheiße Ich Hab keinen Nerv, ich würd gern irgendwo mal abspeichern Ey, ich wollte nicht, dass du Magie machst Was soll der Scheiße Jetzt greif ihn doch halt mal Greif ihn doch halt mal Greif ihn Greif ihn doch halt mal Guck doch mal, warum greift der denn denn nicht Scheiße, der hat die Magie einfach eingesetzt, wo ich das gar nicht wollte Das bringt nichts, ich zieh dich lieber Dann bin ich schneller unterwegs Ich bräuchte mal einen Speicherpunkt Ist das zu viel verlangt, oder was? Irgendwo abzuspeichern Jetzt mach sie tot Und dann speichern wir mal irgendwo, bitte Wieso sind es auf einmal drei? Greif ihn! Das ist doch so ein Yadak, ey Und asozial ist es noch obendrein Warum darf ich denn nicht mal irgendwo abspeichern? Scheiße! Scheiße! Komm! Komm! Sterb, sterb, sterb! Ich hab jetzt keine Zeit Ich will immer abspeichern Ich will diesen Mistpanzel da hochkriegen und hier abspeichern Komm schon, komm schon Warte aus, wir müssen es schaffen Warte aus, wir müssen es schaffen Ist jetzt gut Ist jetzt gut Los, stirbt! Stirbt! Hallo, sterben! Boah, ich hab so keinen Neff Auf euch Arschlöcher Ich kann die nicht besiegen Ich weiß nicht, wie es gehen soll Greif ihn! Oh Mann! Wie? Ich hätte schon in dieser Klippe auf dieser Arschlöcher keine Lust Was einfach keinen Spaß macht gegen die zu kämpfen, weil die alles abwehren können Jetzt töte den Fertig Nächster Töte den Nächster Greif ihn, Gratis Jetzt greif ihn und mach ihn tot Toll Nein, da kommen noch mehr Was? Das ist doch alles Das ist doch scheiße Kann ich nie diese Typen da hochschieben Weil hier immer Gegner kommen Schlimmer ist diese eine Stelle als bei Dante's Inferno Wo man so eine Kurbel drehen muss Um über eine Plattform voller Lava zu kommen Und ein endloser Strom von Gegnern auftaucht Und wenn man dadurch zu lange braucht Schafft man es nicht ins Ziel zu kommen Weil von unten eine Walze mit Stacheln kommt Das ist doch ein Witz, dass da schon wieder welche kommen Scheiße Das ist doch so scheiße, ey Ey, das ist doch so scheiße Ich krieg den da nicht hoch Der Götter deine Klingen treiben Das mach ich auch gleich Reicht jetzt Sterbt halt endlich mal Solche Assis Ah, warte mal Meine Güte, ey Auf Maximum Was für Crap upgraden wir jetzt? Das hier, oder? Ach, machen wir die alle Obwohl ich verwende das hier so oft, ne? Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Jetzt sehen die Klingen doch geil aus Stirb halt mal Ach komm Ich kann diese Kiste nie da hoch Das ist doch alles so scheiße Warum Warum Lass die mich denn nicht einfach mal diese Kiste da hochräumen? Lass mich los Los Oh, das ist doch Scheiße Jetzt lass mich halt mal die Kiste da hochräumen Komm schon Den legst du Komm schon Da kommt schon wieder einer, ey Wieso? Oh Ich würde jetzt gerne mal die Kiste da hochräumen Warsch mich doch Ich schaffe es nie einen zu besiegen Weil in der Zeit, in der ich einen platt mache, kommen zwei wieder dazu Oh, da ist schon wieder einer, das gibt's doch nicht Da oben ist noch einer, ey Ich gebe es echt gleich auf, dieses Spiel weiter zu let's playen Das hat echt keinen Zweck Die Kiste da hochräumen zu wollen Und bis ich da oben angekommen bin, sind da 10.000 Gegner Wellen da Was soll der Scheiß denn? Was soll der Scheiß denn? Atos Atos Oh, jetzt geht halt mal drauf Weil es war eigentlich wichtig Es ist nicht mehr lustig! Jaaa Mh Ich wusste es nicht